Callgamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Es gibt Leute, die haben die Spielehülle noch nie gesehen. Tja, wem willst du was erzählen? Ja, Blinden vielleicht. Siehst du, den hast du jetzt den ganzen Spaß gespoilert. Die machen hier raus so eine Art Hörspiel, weißt du, und du machst jetzt so. Tja. Pech. Joel, hilf mir mal eben. Ach, leck mich. Fahr zu. Wo, wo, wo. Vorsichtig. Steh auf. Lass die scheiß Finger von dir! Na, auf damit. Du musst dir jetzt schon Kinder rekrutieren. Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie. Das ist unsere einzige Chance. Ellie. Wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele wie Robert hat. Wo du's grad sagst? Wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaub, dass ich kann eigentlich bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu. Bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist bloß wahre, Joel. Mal. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich an. Und du? Komm her. Gehen wir. So, auf geht's. Liegt hier noch irgendwo was rum? Nicht, dass ich wüsste. War hier nicht was wegen Laden? Was für ein Laden? War doch direkt hier so von wegen einer der Firefly-Marken, wenn du mit Ali auf der Straße landest und bla bla. Das wird uns auch passieren. Gucken wir mal eben rein. Gucken wir mal in unsere Lösungszettel. Warte mal. Na, guck mal hier. Ach, hast du doch. Junge bin ich gut. Hab ich mir gemerkt. Sicher. Ja, für alle, die es nicht wissen, wir machen eine 100% Run von... Ja, nur sammeln. Ja, nur sammeln ist ja 100%. Ja, 100% fährt jetzt auf extrem. Mach mir das Spiel nicht kaputt. Es wird kein Red Dead Redemption sein, ja? Nee, da hast recht. Hier gibt's keine optionalen Missionsziele. Zum Glück auch. Hier runter. Liegt dir nichts noch? Nö, ne? Ich glaub, das war hier runter. Wie gesagt, ist halt ein bisschen her, als ich das letztes Mal durchgeprescht hab bei dir in der Nacht. Hier runter. Na ja, verdächtige Aktivitäten, die sind bei uns regelmäßig da. Mach die nicht. Ja, die kommt nach, die kommt nach. Scheiß auf die. Die kommt nach. Kommst du auf pink? Wenn man muss, dann muss man. Dann lass laufen. Achtung. Die Unterstützung gesuchter Krimineller wird mit dem Tode bestraft. Ach, was wird hier nicht mit dem Tode bestraft? Alles. Ja, hier, hier kommen wir in einen kleinen Rätselraum rein. Das ist ein einfaches Rätsel, aber ich lass dich mal knobeln. Hab nur kurz Geduld. Okay, du hast das wahrscheinlich schon gesehen gehabt irgendwo. Nö, ich hab jetzt nur gesehen, oh, da ist was zum Klicken, also muss ich irgendwie was rumschieben. Logischerweise. Ja, logischerweise, aber nicht hin zum Raum hier. Ja, aber das war die Logik. Ja. Du nimmst die Tonne und dann einfach hier vorne hin zur Gerüst da vorne. Kein Gerüst. Eine Treppe? Das ist ein Gerüst, wo eine Treppe draufgepuppt ist. Ach, was soll ich machen? Die Architektur der Amis ist ja ein Rätsel. Ein Schlaus. Die kommt nach. Du musst weiter hoch. Die ist gar nicht so groß. Ja, aber sie denkt, sie wäre Hulk, weißt du? Sie wäre ein großer Sumoringer und deswegen braucht sie auch ein bisschen Zeit. Sehr wichtig wäre in Situationen, wo so Klicker oder so hinter euch sind dann später. Und, ähm... Ja. Ja, da wird sie einfach ein ganz langsamer Ninja Turtle sozusagen und kommt dann nicht hinterher. Und irgendwann kloppt sie halt vor dir auf. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Ja, bist du zwölf. Und sie kümmert sich um mich und ich bin 14. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert es mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll! Gut. Ich spring jetzt aus dem Fenster. Mach das. Aber bevor du aus dem Fenster springst, öffne die Tür. Dann spring aus dem Fenster. Okay. Hier ist es. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh. Und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Gut. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann's nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey. Hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich hab die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Ist sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Total unauffällig. Na los. Ja, ich will ja, aber das Spiel lässt mich nicht. Ja, geht doch. Übrigens, ich hab mal jetzt in Assassin's Creed reingeguckt, ne? Welchen? Ja, in der Film. Ja. Wie ich geahnt hab. Es geht um den Sicker-Effekt, um äh... Diese ganze Scheiße von wegen... Also es ist wie Assassin's Creed 1. Nun ja. Ich sag da lieber nicht zu. Sonst ist das Spiel vorzeitig wieder beendet. Sie meinte, da wären Fireflies, die aus einer anderen Stadt sind. Das einzige, was neu ist, ist halt der Charakter. Das Mädchen muss wichtig sein. Also der Vergangenheitscharakter. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Ein Paar Schlampe, bitte. Wie fangen wir dich in ein paar Stunden ab? Ellie, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Da war noch was. Wo? Sicher. Bist dran vorbeigelaufen. Neben dem Boiler. Ah, da. Okay, das hab ich wirklich nicht gesehen. Ich seh ja generell nix. Hahaha. Patrouillenkarte. Okay. Checkpoint Charlie, Junge. Ja ne, ist klar. Äh. Du ducken. Ja wie, nochmal? Achso, ja. Du ducken. Ja, ich muss grad überlegen. Ich spiele das Spiel zu sein. Sieh oben nach, ob die Luft rein ist. Muss ich? In der Tat. Ich will, aber er will nicht. Wartet mal. Das wär auch so ein Spiel, was mich interessiert. Was denn? So ein, äh. Okay. Wir können kommen. Spiele bist da auch so ein Versum, wo du ein Schmuggler bist. Hm. Find ich geil. So allerhand solle. Sei vorsichtig. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Geht gefälligst geduckt. Wir müssen die Gleise durch, äh. Weiber. Du brauchst nicht weiter geduckt gehen. Ist mir egal. Ich will die Atmosphäre schaffen. Indem du geduckt gehst. Super. Natürlich. Ach, da muss man sogar durch. Hier geht's lang. Ja, Sherlock. Da muss man sogar durch. Richtig erkannt. Also deine Kombinationsgabel ist heute perfekt. Also. Ich weiß. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen muss. Kannst du dir vorstellen, wie das mit mir ein Chartes zu spielen? Bestimmt. So. Ein reines für genügend. Umdrehen. Auf die Knie. Du scannst sie. Ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Dramiras auf Sektor 12. Erbitte Abholung von drei Flüchtigen. Verstanden. Siehe es doch mal so, dass ihr könnte sich richtig lohnen. Verstanden. Es wird genug von diesem Scheiß. Mhm. Hm. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Ah! 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 Scheiße! Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh. Ah! 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 Geht mal her! Egal, wie es passiert ist. Es ist drei Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in zwei Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist drei Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaub es nicht. Scheiße. Tess. Lauf! Lauf! Los! Los, komm! Lauf, schlumpen! Hier nach. Schnell. Toto Uniformiert. Ja, ne, ist klar. Hier möchte das Spiel gekonnt eine Schleichsituation vorrauckeln. Ich hab's sogar geschafft, einfach mal durchzurennen und ohne erwischt zu werden, weil... Solange du dich nicht in diesen Leuchtkegel bewegst, sehen wir dich auch nicht. Auch wenn du direkt vor der Nase stehst. Ja, aber Atmosphäre und so. Ja, ey, ich will ja nur anmerken, dass man das auch machen könnte, aber man nichts machen sollte, weil hier und da stirbt man dann schnell. Und dass du das nicht machen sollst. Verstehst du meine Logik? Ich hoffe, du verstehst sie. Ja, ja. Wenn nicht, dann erklär ich dir das gerne nochmal, aber später vielleicht. Ja. 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 Ja, geil, ja. Das kenn ich noch woanders her. Hallo. Huh. Verdammt. Da. Ich seh sie, ich seh sie. Sie müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Bleib zurück. Ich kann da unten nichts sehen. Sind sie wirklich hier lang gekommen? Da unten bleiben, sonst sehen sie dich. Da los Kleine. Da bei Joel. jeder Weg führt zum Ziel so gut das ist so genial so kannst du bitte mal die Knarre wegstecken, das macht mich knarwiss wenn du die Knarre die ganze Zeit im Anstrengelst ha du hast nen Zittringfinger ne? ja deswegen, ich hab nen ganz nervösen Zeigefinger aber nur rechts das hat jetzt nichts mit der politischen Ansteller zu tun das möchte ich hier jetzt nochmal sagen ja, das wär auch sehr verkehrt ne? ach guck mal hier, Tape, Schere wird die manchmal so, wie so ein aufgestochtenes Huhn rumrennt, ne? wo geht's lang? weiter durch die Tür da kommen die doch her nein, ihr seid von unten her gekommen ach so, ah ok ich weiß, Orientierungssinn wie ein Goldfisch ja, teilweise noch schlimmer es gibt Tage, da frage ich mich ja, Leute hören da frage ich mich, wenn ich mal im eigenen Bett aufwache, wo ich bin hier kommen wir gleich zu ner richtigen Arschingstelle da musst du schneller reagieren und am besten dich nicht sehen lassen weil sonst bist du gleich tot, weil MG und so schnell reagieren Jusgen, we have a problem ja, so wie du die Kamera führst auf jeden Fall wird mir immer wieder schlecht bei wuuuuh stell dir mal vor, ich in einem Achterbahn Simulator in VIA in VIA in VIA ich mache die Achterbahn mit Kotzkehren Garantie aha, hier können wir durch wäre es nicht sinniger hier durchzugehen ah, guck mal, da hinten ist noch was aha, da kannst du vielleicht noch looten, ja loot, loot, loot ab in die Büsche, Junge Joel, der Buschman halten ja, ich will immer vibrieren ne, hier bringt der vibrieren nichts Schi-Hulk ist wieder unterwegs in der Tat wie gesagt, jetzt kommen wir zur also gleich kommen wir zur beschissenen Stelle hier ist es ja noch recht human aber sobald du jetzt weiter rechts ich will trotzdem nachgucken wegen der Dings wegen der Firefly-Marken weil, so wie ich die Spielentwickler einschätze sind die gemeingewiesen und haben hier irgendwo was verstanden aber wir sehen uns noch nicht gehen wir außen rum wie sieht's aus? du hast die Marken nicht hier oh, Mann ach ja, stimmt, die sind am PC aber ich glaube hier war nichts weil hier ist das meistens sehr gescriptet noch, alles wie gesagt, jetzt kommen hier so paar Gegner okay das habe ich schon was? und das meine ich ja die sehen dich sofort ach du bist ein paar Schüsse und du bist down ach du bist ein paar Schüsse und du bist down ja, was? wie gekonnt du jetzt die volle Aufmerksamkeit auf dich ziehst das, äh, kriege ich jetzt auch sollst du da schnell schließen da ist ja jemand noch links auf, äh, auf dem Dach und da kommt noch der nächste aber, deine Sorgen sollten dich, äh, mehr beschäftigen um das MG, das auf dem Grund steht er schließt hinter dir neben dir überall Tess du sollst mich doch hier, äh, war ein bisschen beschützen und so ne, jetzt nix weil, wie, denkt sich dicker ich sehe schon, das wird, äh das wird ein sehr qualvoller Tod ja ein wenig was soll ich da für eine Ressourcen verballern? Eigentlich nicht das mach ich nein das ist, woran komm ich sterbe und mach das nochmal ich hätte nicht zum Stein laufen sollen der Stein hat mich verführt dieser wertlose Stein Lauf direkt durch und dann direkt hinter so eine Barrikade sich verstecken bis der dann in den Raum reinkommt und dich konnt da nebenher sneaken weil Ellie und die andere Tess die sind unsichtbar sozusagen für die Gegner fast ja, ich weiß versuch sie abzulenken okay dann hat der jetzt außen rum oder was? der kommt jetzt da rein ampel ablenken war auch eine gute Sache warum sehe ich den nicht? Atta ist er lass, lass ihn einfach okay einfach durch geradeaus weiter weil das dumme ist, wenn du hier Aufmerksamkeit ziehst bist du hier recht offen und dann sehen wir dich und dann ist das komplett für den Arsch deswegen hier wirst du sozusagen gezwungen zum sneaken da hoch du könntest es natürlich dich jetzt auch noch wild frei ballern und so einen scheiß aber auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad wird das echt schwierig durch die Röper durch die Röper Räumchen ja, sieht gut aus bleib hier wie gesagt hier am Anfang kann man recht wenig verpassen nicht bitte also hier liegt irgendwas hier müssen wir durchpassen wir mussten nicht aber für die Aufnahme weil in der Aufnahme ist das eher so sonst recht dunkel auf YouTube ah da Mist Mist noch mehr Soldaten Verfolgung abbrechen und sich zuerst nicht erstatten ich glaube sie sehen uns nicht verstanden zu den Fahrzeugen bleibt im Dunkeln da oben gehts weiter aber hier könntest du noch ein bisschen looten ok ist immer gut ach da hei Knarre Munition das ist was ich meinte das ist was ich habe gesagt sie sind noch da wir verschnorren jetzt ganz kurz sieh nach ob ihr irgendetwas brauchbares ist na klar boss bin schon dabei boss ja manchmal ist auch nix drin ne Arschrank findest du öfter solche Strenke vor allen Dingen in prequeren Situation wo du kaum Munition und äh kaum Nahrung beziehungsweise äh Medipacks findest und du kurz vorm Abnippeln bist das ist aber auch vom Spiel so vorgesehen dass du hier und dann so Areale nicht viel findest beziehungsweise nicht kaputt lootest extra Gefahren auf dich begehst äh einnimmst und dir die Gefahr gegen Ellie und dich wendest und äh am Ende kommt es heraus dass du das alles gemacht hast für einen dummen Riegel den du sofort konsumierst und der dir kaum Leben gebracht hat wer lohnt ist immer so eine abwegige Sache ob sich das jetzt lohnt ob sich das nicht lohnt weiter wir sind draußen ok sie sind weg so was war der Plan angenommen wir bringen dich zu den Fireflies was dann Marlene sie sie sagte sie hätten dort eine Quarantäne Zone mit Ärzten die immer noch ein Heilmittel suchen ja kommt uns bekannt vor Ort Tess und das das was mit mir passiert ist der Schlüssel zu einem Impfstoff ist oh Himmel das hat sie gesagt oh bestimmt hat sie das hey verdammt man ich wollte das hier nicht ich auch nicht Tess was zur Hölle machen wir hier ist wenn es stimmt ich glaub's an was dann Joel wir haben es so weit geschafft bringen wir es zu Ende muss ich dich dran erinnern was da draußen ist ich verstehe hier lange wenn wir durchs Zentrum gehen sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus hoffentlich ja man merkt ja der Weg zum Rathaus ist nicht einfach aber auch er ist ein wenig geschmickt mit Hindernissen ja aber auch die Spielewelt an sich wie sie schon wieder wirkt so trist und verlassen und so ein Scheiß so stelle ich mir das vor das das Leben nach dem Menschen die Bereiche um die Quarantäne krone wurden heftig bombardiert Tess hörst du das? ja klang aber als wärs weit weg Mist vorerst na los Assassinsprung wo geht's hier lang? ach da lang na weiter ganz normal was ist das? ganz normal weiter der weg ist hier nur nicht sehr sonderlich ersichtlich du musst einfach die malerische route nehmen wie in gta machst du dann will es den weg ganz leicht die malerische route alles klar wir nehmen die malerische route wird das wird hier noch sehr 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 viel oft öfteres vorkommen ja dann will ich auch eine ganze menge schränke auch hintereinander ja wenn ich auch ganz viele schränke hintereinander schlug ist doch nicht schlimm er wurde zerfetzt ich weiß nicht frische leichen sind frische leichen jemals gut ich weiß ich gar nichts über die welt hey die ist das 14 in einer welt wo es keine assi youtuber gibt nur vorteile nur vorteile da so eine tote leiche dann ist das ja komplett scheißegal ob du es weißt oder nicht ob das jetzt gut oder schlicht ist kann auch für dich vor zum vorteil sein ganz ehrlich noch einer jetzt wohl beim warten auf verstärkung erwischt evakuierung evakuierung beim warten auf verstärkung verdammt clicker das heißt sie sind blind so gut wie sie nutzen geräusche wie fledermäuse wenn du ein klicken hörst versteckt ich glaube hier geht es weiter kann sein würde gleich alles einstürzen treppe hoch war da nichts mehr aber kannst du ja immer noch gucken gehen dann gehe ich mal gucken ich trau so etwas nicht ach sie ist es war doch was jung wir haben tape voll warte mal wenn ich was basteln kannst du da machen wir das doch auch messerchen messer kannst du noch basteln aber dann bist du auch voll mit messern ja das macht ja nichts es geht ja darum dass ich das tape nicht rumliegen lasse ist ja alles wertvoller stoff wertvoller stoff der auf auf dem schwierigkeitsgrad schwer also ganz nein ich versuche es ist immer wichtig egal auf welchem schwierigkeitsgrad ich habe das spiel mit komo kommt durchgespielt das erste mal weil ich nicht gar nicht gepeilt habe was ich da machen musste war war hier und da war schwer aber machbar da hat hast du auf realismus gewählt gewährt da hast du gesagt ach den loot nämlich nicht mit dem nicht nur dann war um die ecke bis zugegangen scheiße ich den loot doch mitgenommen ein geisterstuhl da ist was das ist der nirgendwo immer wieder Oh, das ist ja süß. Ich finde es erstaunlich, dass die Zeichnung es so gut überstanden hat, dass da Moos drunter gewachsen ist quasi. Ja, kannst mal sehen. Das heißt, die Natur hat Respekt vor Kunst. Und nicht andersrum. Hilf mir hier mal. Weißt du, hier ist das noch recht einfach, die zu überwältigen, aber später im Spielverlauf keine Chance. Danke. Wem wollt ihr das denn erzählen? Nicht passiert. Suchen wir Vorräte. Und bevor wir Vorräte suchen, sagen wir an einer sehr 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 sensationellen Stelle See you guys und seht das nächste Mal, wie es wohl weitergeht mit Last of Us. Licht aus. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen, lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below. Genau!